Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stunogaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Fortnite. Fortnite habe ich ewig nicht mehr gespielt und ich dachte mir, ja die Season 2 ist ja jetzt wieder raus. Es ist zwar nur die Season 2 Remix, also es ist nicht komplett Season 2, sondern da sind halt auch noch ein paar andere Dinge. Ich habe mir aber gedacht, komm, ich zocke das Game, weil das ist die Season, wo ich das Spiel angefangen habe zu spielen. Also das war wirklich, also die Season, also ab Kapitel 2 habe ich angefangen Fortnite zu spielen und ich dachte mir, komm, ich balle jetzt hier nochmal ein Video raus, denn ich habe diese Spiele ewig nicht mehr gespielt, also ich habe es wirklich ab Kapitel 2 gespielt und ich weiß nicht, wie lange ich das gespielt habe, also wie lange Kapitel ich das gespielt habe, aber ich habe es auf jeden Fall gespielt. Ja, keine Ahnung, also es ist glaube ich schon, ja doch, länger her, dass ich das jetzt mal wieder gespielt habe. Deswegen entschuldigt mich, falls ich ein bisschen komisch schieße. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung mehr, wie das geht. Ich habe jetzt auch, glaube ich, null Bauen gemacht, weil ich kann absolut gar nicht mehr bauen. Eigentlich bin ich richtig gut im Bauen gewesen, im Editen jetzt nicht, also im Editieren bin ich nicht so gut, aber halt im Bauen, das kriege ich hin. Ähm, ja. Ich habe, glaube ich, den Skin hier auch nur wegen diesem Adventskalender, weil ihr seht ja hier schon. Liebliche Kunden. Okay, ja, was machen wir hier schon jetzt? Ich muss mal kurz den Zaun hier auf 5 machen. Das hier ist irgendwie, ja, Kronen habe ich 0, das werde ich jetzt hier nicht zeigen. Und das hier habe ich nicht. Keine Ahnung, was das hier sein soll. Auf jeden Fall ist das irgendwie vom letzten Weihnachten gewesen. Hallo? Äh, wo landen wir? Boah, ich bin, glaube ich, immer relativ hier so in der Mitte gelandet. Äh, Lazy Lake. Boah, hat er diese Erinnerung. Wir landen, glaube ich, hier, würde ich sagen. Ey, das sind hier Erinnerungen, also die ganzen Dinger hier. Retail Row, Lazy Lake. Äh. Ja, so die Swings. Das sind alles so Dinger, wo man halt früher immer gelandet ist, ne? Überleg gerade, habe ich früher immer Videos? Ich habe, glaube ich, früher keine Videos, aber gestehe ich ihn auch. Dreh. Oh, an dieser hier Meppland kann ich mich auch noch dran erinnern. Ey, das ist schon, ist schon sehr interessant. Digga, sag wo man ist. Digga. So wohl landenbar. Gut, wenn ich ehrlich bin, direkt eigentlich hier in dieses Boot. Oh, das Ding. Hallo, hör auf zu springen. Danke. Einen Angel brauche ich jetzt nicht. Oh, da ist eine Kiste. Die nehmen wir doch mal. Boah, diese Dinger hier, diese Fernzündungen, die waren auch immer so geil. Ich habe damit immer so oft Leute weggespringt damals. Ey, das ist einfach nur noch krank. Ja, da merkt man, wie auch Spiele sich verändern, ne? Auch Spiele verändern sich irgendwann. So eine Pampa brauche ich natürlich auch, ist gut. So. Warte mal, hier ist doch bestimmt auch eine Kiste, oder? Ich höre doch die Kiste. Wo bist du denn? Ich habe aber keinen Bock, jetzt hier auch irgendwas abzubauen. Ich weiß nur, dass die Zone sehr weit weg ist. Da gehen wir dann gleich hin, in einer Minute. Gucken mal. Ja, hier ist auch nur noch eine Scheiß-Pump drin, die ich nicht brauche. Äh... Alles hier ist scheiße. Hier ist wirklich nichts Geiles, Alter. Wo sind denn die ganzen geilen Sachen hin? Gehen wir mal weiter nach... Äh, nach unten, nicht nach oben. Junge, ich laufe mal nach oben, aber ich muss ja nach unten. Ähm... Ist hier irgendwas Geiles drin? Hier sind... Oh, die Granaten. Damit habe ich auch immer den hier gemacht. Ich habe die immer irgendwo hingeschmissen. So. Zack. Und mehr habe ich auch nicht gemacht. Ähm... Hier, die Ferndinger können wir auch mal hier platzieren. Jo. Perfekt. Äh. Ach, das ist eine Pflanze. Ich dachte, das wäre ein Spieler, Junge. Ey. Wie bestellt, steht da auch direkt in ein Auto. Oh, hier wird geballert. Das sind beides dieselben Autos. Äh, Autos, genau. Waffen, oder? Ne. Stummgewehr. Stummgewehr mit Zählfernrohr. Wir nehmen einfach beide mal mit. Was ist das? Ach so, wieder Fernzündungen brauche ich jetzt nicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Zone mit unserem Fahrzeug. Wann kann man so über Wände springen? Ist auch real. So. Ne, jetzt sind wir auch schon in der Zone. Tatsächlich. Dann bleiben wir hier mal stehen und gehen mal hier rein. So. Geht's auch alles kaputt? Sind wir alles kaputt? Und warum ist hier was kaputt? Obwohl's noch nicht gelootet wurde. Oh, hier ist ne... Äh, warte mal. Ist ne... Wo ist denn die blaue? Ist das ne blaue? Ne, war das nicht blaue. Natürlich nehmen wir hier die grüne mit. Ähm, ja. Waffe brauchen wir jetzt hier nicht. Äh. Wir gehen mal nach hier oben, weil hier oben wird wahrscheinlich ne Truhe sein. Ja. Ja, natürlich ist das in der Truhe. Medikist. Aber jetzt auch nicht. Oh, die sind eigentlich... Ich mag eigentlich die hier viel mehr, weil du kannst damit viel mehr Spray hin, sag ich mal. Das wollte ich jetzt nicht. Deswegen nehmen wir die auch mal mit. Mein Auto, ich brauche dich. Wir fahren weiter. Da bist du. Ey, sie leben auch noch 66. Was passiert denn hier, Alter? Warte, wir tauschen kurz das Auto, weil hier ist weniger Tank drin. So. Jetzt sind wir, glaube ich, in so die Springs. Das ist, glaube ich, immer so die Map, äh, die Dings gewesen, wo wir sehr viele immer gelandet sind. Soweit ich weiß. Ich glaube, in dieser Stadt sind immer so viele gelandet. Und hier wird auch geschossen. Da brauchen wir mal gerne hin, um zu gucken. Da, ich sehe sie. Da, ich sehe sie. Digga. Gar nichts. Stark. Ja. Da geht's. Mann Schwarz Beide eliminiert So, so geht das Hat gerade nur 50 Jahre gedauert Tatsächlich, wo ist mein Auto jetzt hin? Ich habe mein Auto verloren, nein Egal Ach, mein Auto ist hier unten Moin, Auto, was machst denn du hier? Äh, da sind die gestorben Ja, muss krass was kaputt Die gestorben sind Warum ist das, jetzt mal ehrlich Wie ist das Auto hier runtergefahren? So, dann holen wir uns hier mal kurz die Sachen, Alter Zack, 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 zack Ohne blauen nehmen wir natürlich gerne mit Sturmgewehr mit Zählerohr habe ich schon Oh, Maschinenpistole Ne, wo ist jetzt schon wieder das Auto hin? Jedes Mal haut dieses scheiß Auto ab Was bist denn du jetzt? Ah, hier So Hm, warte, wir können mal die Markierung kurz wegmachen Wollen wir uns das Außen noch angucken, Sachen? Können wir eigentlich auch mal machen Aber ich glaube, hier ist nichts mehr Oh doch, hier ist eine Kiste irgendwo Wo soll hier noch eine Kiste sein? Im Dach wahrscheinlich, oder? Hä? Wo soll hier eine Kiste sein? Hier unten? Nö, hier unten ist gar nichts Egal Auto, wo bist du? Wir fahren jetzt in die nächste Zone rein Ey, wenn wir jetzt einen ewigen Sieg holen Wäre natürlich geil für das Video Seid ehrlich Weil ich glaube, ich bin einfach zu schade Man muss sich eigentlich immer nur da einmischen Wo so Autos, äh, wo so Autos, genau Wo so Leute schießen Da, Leute, ich sehe jemanden Geißte Egal, da sind drei Leute, oder so Aua Okay, es sind glaube ich Leute Die nicht so Dings sind Wissen halt jetzt hier hin Ist das blöde Wir haben es einfach hier durchgeschossen Ähm Moin Meister Ich glaube ich auch Die Meister Ah, jetzt ist es wunderbar Gar nicht mal so geil Ich glaube ich bin Ich glaube es ist Alright. So. Lo. So. 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 Das war's für heute. Das war's. 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 Das war's.